Ja, der Fritz kommt ins Schwärmen, wenn's um ins Umtum brummt. Wenn's ne Mal sticht, lasst er nicht los und baut die Ging und Türen. Tusch Gaben aus der Wabe gegen süße Sirupi. Ist stolz auf sein Volk, wo das Tag abends gleich mal muss sein. Tusch Gaben aus der Wabe gegen süße Sirupi. Tusch Gaben aus der Wabe gegen süße Sirupi. Er lässt er runter ins Grabe und schützt er durch Steine rein. Er schafft ohne Worte, wird aber gegen eins übrig, wenn's gleich mal muss sein. Tusch Gaben aus der Wabe gegen süße Sirupi. Tusch Gaben aus der Wabe gegen süße Thürupi. Tusch Gaben aus der Wabe gegen süße Sirupi. Wie sie ein Zimmer zusammen teilt und ein von anderen Kleidern nache dreht. Aus mein Schanz, wie lang wir aus der Honig noch fliegt. Wo gäb's ja nix, wo du der lehrt, ob du gleich mal glück. Wenn der Honig nicht mehr fliesst, ist der Milch auch immer zu Ende. Was bleibt bei uns noch am Ende? Ein Stück Karte, wo wir drunter müssen sein. Hallo Fritz, mit euch du's in ihre E-Schauer hann. Ich weiss es nicht vorhand, auch mit euch gehen etwas um. Jetzt wird ab'n'n Henker gesucht, wo der von uns nicht rumtreibt. Es ist nur eine Frage von Zeit, bis am Henker, nur noch als Genktivit. Ich weiss es nicht vorhanden. Wie die Schl ali Saltik in 살geln mit euch gehen. Wie die Schlossel-Hund, wie Herr Fritz geht am Abend etwas weit. Aber gehen wir nicht hoch, auch zusammen etwas zu weit. Untertitelung des ZDF, 2020